Ist der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 derselbe Spinosaurus wie der in der animierten Jurassic World Serie Jurassic World Camp Cretaceous? Da gibt es eine ganz klare Antwort drauf und ein paar sehr interessante Fakten noch mit dazu. In diesem Sinne fangen wir einfach mal an und viel Spaß mit dem Video. Der Spinosaurus ist für viele, mich mit inbegriffen, der coolste Dinosaurier des gesamten Jurassic-Franchise. Ich meine, egal wie cool es er auch im Film vorkommt, egal wie wenig Tode der Spinosaurus tatsächlich auf seinem Konto hat, das Tier ist doch irgendwie sehr imposant, auch mit seiner Aggressivität, mit der er eben die Menschen jagt. Dummerweise war Jurassic Park 3 nicht wirklich erfolgreich und man hat sich deswegen gedacht, ja, der Spinosaurus könnte Menschen an einen nicht so erfolgreichen Film erinnern, lass den mal aus anderen Projekten jetzt irgendwie raus. Obwohl, ganz kurzer Funfact, tatsächlich war der Spinosaurus ganz zu Beginn, als man angefangen hat Jurassic World Dominion zu planen, sogar in dem Film mit involviert. Also er war mit eingeplant gewesen. Aber wie wir wissen, wurde da eben nichts draus. Stattdessen haben wir eben die animierte Serie Jurassic World Camp Cretaceous bekommen und da sehen wir den Spinosaurus in Staffel 4, das erste Mal wieder. Die Frage, ob das nun derselbe Spinosaurus ist wie der aus Jurassic Park 3, liegt also dabei sehr nahe. Und ihr habt mir ein paar Quellen zugeschickt. Die einen sind offiziell, die anderen sind zwar nicht offiziell, aber die kann man als Quellen dahernehmen, weil die einfach seriös genug sind, dass man die auch als Quellen betrachten kann. Allerdings habt ihr hierbei oftmals einen Denkfehler gemacht. Denn ihr habt mir immer wieder geschrieben, Tobi, das ist derselbe Spinosaurus und das steht hier im Text drin. Und ich lese mir das Ganze durch und dann steht da ein Text mit drin. Ja, der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ist der gleiche wie der aus Jurassic World Camp Cretaceous. Das müsste eigentlich dann die Antwort sein, oder? Ne, da habt ihr einen kleinen Denkfehler. Das gleiche ist nicht dasselbe wie dasselbe. Also das sind zwei verschiedene Begriffe. Hier mal ein ganz kurzes Beispiel. Der Tyrannosaurus Rex aus The Lost World Jurassic Park 2, der in San Diego sein Unwesen treibt, ist der gleiche Tyrannosaurus wie auch der aus Jurassic Park 1. Aber es ist eben nicht derselbe. Der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 1 allerdings ist derselbe wie der aus Jurassic World, also eben Rexie. Ich hoffe, es kommt relativ klar rüber. Da muss man wirklich drauf achten. Denn was hier drin steht in diesen offiziellen Quellen ist einfach nur, dass das der gleiche Spinosaurus ist wie der aus Jurassic World Camp Cretaceous. Gehen wir also danach, müsste man ganz klar sagen, die Antwort ist nein. Das ist nicht derselbe, weil hier eben drin steht, es ist der gleiche. Demnach ist es einfach nur ein Spinosaurus. Dann habe ich mir aber überlegt, wie diese Seiten überhaupt zustande kommen. Seltsamerweise sind die meisten davon auf Deutsch gewesen. Und dann habe ich gemerkt, aha, ich habe auf meinem Browser oben den Übersetzer-Button angehabt. Das heißt, die Seiten werden automatisch von Google übersetzt. Und da können sich eben Fehler einschleichen. Und genau das scheint hier auch passiert zu sein. Denn was wir aus der Serie Jurassic World Camp Cretaceous wissen, ist, dass viele Dinosaurier von der Isla Nubla, also von Jurassic World, zur Mentacorp Station auf dieser Insel gebracht wurden. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber Tobi, der Spinosaurus war gar nicht auf der Isla Nubla. Und nach hier muss man sagen, doch, tatsächlich war der Spinosaurus irgendwo Teil des Jurassic World. Indizien dazu gibt zum Beispiel dieses Buch hier, was Offizierkanon ist, in dem verschiedene Dinosaurier beschrieben wurden, die auf der Isla Nubla zu Zeiten von Jurassic World gelebt haben. Und zum Teil auch wieder ausgestorben sind. Darauf müssen wir jetzt aber hier nicht eingehen. Und darauf sehen wir ganz klar, es war ein Spinosaurus. Die Wahrscheinlichkeit, dass man den Spinosaurus aus Jurassic Park 3, also zu Isla Nubla, gebracht hat und denselben wieder zur Mentacorp Station in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 4 liegt also sehr nahe. Oder ist vielleicht sogar bestätigt, tatsächlich haben sich nämlich zwei der Mitproduzenten der Serie dazu geäußert und die haben in einem Interview ganz klar gesagt, ja, tatsächlich ist das jetzt hier mit Offizierkanon. Der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ist derselbe wie der in Jurassic World Camp Cretaceous. Ob das von Anfang an so geplant gewesen ist oder ob die einfach auf die Fanfragen reagiert haben, das kann ich euch hiermit nicht sagen. Ich glaube tatsächlich irgendwie beides so ein bisschen. Sie haben den Spinosaurus sehr wahrscheinlich eingeführt, weil der ein riesen Fanliebling ist, haben aber dann nicht gedacht, dass sie irgendwann Rede und Antwort stehen müssen, ob das exakt derselbe Spinosaurus ist wie der aus Jurassic Park 3. Und jetzt haben wir hier die Antwort. Die beiden haben gesagt, ja, damit ist das offiziell Kanon. Der Spinosaurus aus Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 4 und 5 ist derselbe wie der aus Jurassic Park 3. Und ich will hier nicht den Klugscheißer raushängen lassen. Wie gesagt, ich mache da auch genug Fehler, aber wenn ihr mir solche Quellen schickt, da müsst ihr wirklich drauf achten, das Gleiche und dasselbe müssen unterschieden werden. Das ist einfach wichtig, sonst passieren dann eben solche Denkfehler wie jetzt in diesem Fall. Ich meine, ihr habt im Endeffekt recht gehabt, von daher ist alles gut, aber wie gesagt, für weitere Quellen, die ihr mir vielleicht zuschickt, macht es mir dann damit nicht so schwer und unterscheidet das einfach ein bisschen voneinander. In diesem Sinne auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr mir einfach Links und Quellen zuschickt und mir bei meiner Recherche weiterhilft. Inzwischen mache ich ja meine Videos gar nicht mehr alleine, sondern ihr helft mir dabei einfach tatkräftig, was unfassbar cool ist. Und deswegen einfach vielen Dank dafür an euch alle und ich hoffe, das Video war aufschlussreichend, hat euch gefallen. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.